Ich bin aus dem Bild. Wie, du bist aus dem Bild? Mit dem Ellenbogen. Ja, dann mach den Ellenbogen runter. Kannst du ein Stück nach da rutschen einfach? Ich bin doch hier auch schon dran. Ich mach einfach so. Wir starten nochmal. Kannst du nochmal erschrecken? Aber nicht so laut, das war wirklich laut. Du, Jo! Ah! Ja, was denn? Ich hab da was gehört. Was denn? Ein urbanes Gerücht. Oh, erzähl mir alles. Ja, ist aus dem Show-Business-Bereich. Oh, sehr gerne. Es gibt ne neue Show im BKA-Theater. Das hab ich auch schon gehört. Nein! Aber du hast doch bestimmt mehr Infos als ich. Ja, ich hab mehr Infos als du. Und zwar machst du da auch mit bei den neuen Showen. Nein! Mein neuer Ableger von Paillette geht immer. Und die Show wird heißen? Paillette, noch schlimmer. Ja, und es wird ein schönes buntes Abendmagazin um 21 Uhr. Live aus dem BKA-Theater per Stream. Jedes Internet in ihrer Nähe. Ja, auf YouTube, auf Facebook, überall streamen wir. Schaut vorbei, es wird sehr apart. Informativ. Informativ auch. Abwechslungsreich. Und natürlich ein bisschen lustig. Und damit könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen die trübe Corona-Lockdown-Zeit zu Hause selbst versüßen. Ohne Abstand, ohne Maske, eventuell sogar vom hauseigenen Toilettenbecken. Man ist da ja flexibel. Danke, Weinhaus. Pee. Tee. 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 Ia. Oh, no, no, no.